Nach dem Krieg sind sehr viele Holocaust-Überlebende nach Palästina, später Israel geworden, eingewandert. Es war innerhalb sehr kurzer Zeit Zahlen, die schwer vorzustellen sind. Die etwa 600.000, 650.000 Juden, die in diesem Land gelebt haben, mussten innerhalb einer Dekade, ein bisschen länger, etwa zweimal so viele Menschen absorbieren und für sie eine Infrastruktur schaffen. Man kann auf diese Situation unterschiedlich darstellen. Einerseits waren die Juden, die hier schon vorher waren und diese Überlebenden aufgenommen haben, hatten viele eine sehr kritische Einstellung die Überlebenden gegenüber. Es war sehr üblich, auf sie mit kritischen Augen zu schauen und sagen, warum habt ihr gewartet? Warum seid ihr nicht schon lange vorher gekommen? Die zionistische Ideologie war eigentlich gegründet in der Idee, dass Juden keine Zukunft in Europa haben und überhaupt keine haben, wenn sie keinen eigenen Nationalstaat gründen. Und Zionismus war schon verbreitet in Europa. Die, die gewählt haben zu sagen, haben davor einen Preis bezahlt. Das Leben in Palästina war nicht leicht. Deswegen waren sie kritisch gegenüber ihren Familien und Freunden, die in Europa geblieben sind, weil dort das Leben gut und leicht war. Im Vergleich, bequem, schön in den großen Salonen von, wie sie sich das vorgestellt haben, in Berlin oder Wien. Als sie dann nach dem Krieg kamen, war dieser Vorwurf, ihr seid schuld. Warum habt ihr gewartet? Eigentlich könnt ihr euch jetzt nicht beschwerden, weil es eure eigene Schuld ist. Das ist das eine Seite. Gleichzeitig, wenn man denkt, dass 50 Prozent der Leute, die innerhalb dieser Zeit gekommen sind, Überlebende waren, sind sie schon sehr schnell ein Teil der Gesellschaft gewesen. Zum Beispiel 60 Jahre, als entschieden wird, wer in der Eichmann-Prozess als Zeuge vorkommen soll. Überlebende sitzen mit und entscheiden. Die sind schon Knesset-Abgeordnete, das heißt, die sind überall in der Gesellschaft integriert. Und wenn man sie fragt, und in allen meinen Gesprächen mit Überlebenden, sprachen sie immer von dem enormen Optimismus, das sie erlebt haben, wenn sie in diesem Land gekommen sind. Über die unglaublichen neuen Lebensenergien, mit denen sie erfüllt worden sind, im Vergleich zu dem Gefühl von Tod und Schrecken, die sie hinter sich gelassen haben in Europa.